Hallo, wir sind die Anna und Daniel, wir sind die Momente auf dem Weg in der Roscoco, einer wirklich traumhaften Bucht mit wunderschönem klarem Wasser und Raumstrengung, so wie man sich das vorstellt, wahnsinnig schön. Wir waren davor schon auf Bird Island und auch auf Braneu. Auf Bird Island hatten wir das Glück, dass wir nur mit 8 anderen Gerüsten dort waren. Also das ist wirklich ein Gefühl hier von der Privatinsel, mit wirklich traumhaften Strengen und Gestalt hier am Wasser. Kann ich wirklich jedem weiterempfehlen, dieses Wert, dieser 30 Minuten Flug dorthin. Danach mit Raleun, wenn wir tauchen, ist auch eine tolle Insel, sollte man auch gesehen haben. Hier jetzt auf Ladique gibt es wirklich Strände wie im Bilderbuch und morgen geht es bei uns weiter nach Mahé. Abgesehen ist noch zu sagen, dass ich jedem weiterempfehlen könnte, nochmal mit Sevillas zu buchen. Wir hatten wirklich durchgedankt mit Erfahrungen, wirkt alles sehr professionell und wir hatten stets das Gefühl, im Top-Henkel zu sein. Also kann ich heute nur einen schönen Wiedersehen. Tschüss. 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 Seh wir los.